Ich versuche, die Münze von deiner Hand in meiner zu zäubern. Ich habe nichts in der Hand. Achtung! Rein symbolisch. Hast du etwas gespürt? Nein. Ah, ist ja noch nicht angekommen. Geh noch mal auf! Ich habe es falsch gemacht. Geh noch mal die Hand zu. Ich muss es umgekehrt machen. Es geht quasi von meiner und deiner Hand. Das war quasi der Fehler. Kommt ungefähr. Bitte! Achtung! 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 Wer ist? Hast du es gespürt? Das habe ich jetzt gespürt. Mach langsam auf. Langsam, langsam, langsam. Oh, wisst ihr was? Es ist wahrscheinlich nur eine Frage von der Zeit. Schau mal auf die Tür. Tatsächlich! Nachdem ich die Gäste weiter verzäubern konnte und nachdem ihr euch noch gut gegessen habt und noch besser geträuchte, habe ich mich dann irgendwann mal wieder auf eine Heimweg gemacht, richtig gefahren. Achtung! Das war es! Ich habe ein pfund, Das war das. Vielen Dank.